Seit 62 Jahren herrscht in Nordkorea die Kim-Dynastie. Erst der Vater, dann der Sohn. Und nun ist dem Vernehmen nach der Enkel an der Reihe. Pyongyangs Atomwaffenprogramm löst weltweit Sorge aus. Deshalb blicken Experten sehr aufmerksam auf den ersten Parteitag der regierenden Arbeiterpartei seit drei Jahrzehnten. Viele Leute sehen sich diesen Parteitag genau an, weil er den Anfang eines Wandels in Nordkorea bedeuten könnte. Und dieser Wandel könnte Veränderungen in der nordkoreanischen Außenpolitik mit sich bringen. Beim letzten großen Treffen der kommunistischen Partei 1980 wurde der jetzige Machthaber Kim Jong-il als Nachfolger seines Vaters eingesetzt, des Staatsgründers Kim Il-sung. Nun ist Kim Jong-il 68 Jahre alt und krank. Sein jüngster Sohn Kim Jong-un soll offenbar die Macht erben. Manche Leute spekulieren, dass er den Vorzug vor seinen beiden älteren Brüdern erhalten hat, weil er seinem Vater am ähnlichsten ist, in Sachen Persönlichkeit, Politik und Zukunftsaussichten. In den staatlichen Medien des weitgehend abgeschotteten Landes gibt es im Vorfeld keinen Hinweis auf eine Nachfolgeregelung. Doch Experten zufolge dürfte der etwa 27 Jahre alte Sohn Kim Jong-un erst einmal einen wichtigen Parteiposten bekommen. Wir wissen, dass er in Europa erzogen wurde, vor allem in der Schweiz. Er ging auf eine sehr angesehene internationale Schule. Dort mochte er Basketball spielen, die Spieler der NBA und hörte amerikanische Musik. Das heißt, er ist vertraut mit westlicher Kultur. Viele sagen, er wäre wohl offener für Reformen als die bisherige Führung, wenn er Nordkoreas nächster Anführer würde. Schritt für Schritt dürfte der Enkelsohn an die Spitze der Macht geführt werden. Offiziell wird das Ganze wohl aber erst, wenn Pyongyang es für richtig erachtet. Mögliche Streitthemen wie Reformen in der Wirtschaft und Politik werden dann wieder einmal ausgeblendet. Schließlich wollen die Herrscher in Pyongyang vor allem einen reibungslosen Übergang. Schritt für 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 Schritt Vielen Dank.